Müssen wir jetzt rauf oder müssen wir jetzt weiterschwimmen? Ich schwimme mal weiter. Das war doch die richtige Entscheidung. So. Alter Verwalter. Netzgar, seine geile Alte. Knallt sich die Salami in die Spalte. Was? Oh, Mann, ich, äh. So. Manchmal geht's mit... Äh, mancher... Mein Gott. Manchmal geht's mit mir durch. Ihr wisst es ja selber. Nein, diese miese Ratsche. Ihr wisst es ja selber. Koi! 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 Weg gefunden. Ach, guck mal an, wir können hier mit unserem Enter-Haken quasi. Wie kommen wir denn dahin? Ah, cool. Äh, nach oben möchte ich gerne. So. Ähm. 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 Timmy? 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 Alter, was? Wir sind hier schon im Dorf. Alter, was? Ich, äh, äh. Ich weiß nicht, was der eine Timmy da machte gerade, warum der da einfach mal abhängt. Abhängender Timmy. Geil. Ja, solche, solche Bugs mag ich ja. Das ist, äh, total geil. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen spüren die Gefangenen-Vinja auf. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen hier ruhiger die ganze Sache angehen. Ungesehen am besten. Wäre natürlich von Vorteil. Aber ich kenne das Lager gerade nicht. Das ist das große Problem. Ich versuche mal hier so ein bisschen in Deckung zu bleiben, ohne dass uns jemand sieht. Nein, was mach ich denn? Ich will die Eule mal eben rufen, damit die mal so ein bisschen alles auskundschaftet. Wieso habe ich jetzt oben so eine Anzeige? Was bedeutet diese Anzeige? Da sind die Venja. Oh Gott. Nein, nein, nein. Was machst du denn da? Oh. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Unser Timmy hat jetzt angegriffen. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Ist, äh, ja. Sehr schön machst du das, Timmy. Sehr schön. Komm her, Timmy. Komm her. Komm her. Komm her. Timmy. Kann ich ihn zurück pfeifen? Geht das? Äh, wegschicken. Wie kann ich ihn pfeifen? Da stand doch was. Halten zurück. Ich musste nämlich heilen. Mal eben schnell. Nein. Nein. Hier, schnell. Das ist R1. Los, schnapp ihn dir. Sehr schön, Timmy. Mach die, mach die nämlich quasi die Arbeit für uns. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Pixel genaues Schießen mal wieder. So, der ist jetzt weg. Okay, sehr schön. Mal eben Timmy zurückrufen. Oh nein, jetzt wird's nach. Oh nein, es wird dunkel. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Timmy, komm her. Ja. Verdammt nochmal. Timmy, komm her. Du musst geheilt werden. So. Ähm. Das klappt bisher eigentlich ganz gut. Bisher geht's jetzt. Das heißt, wir... Vor allem im Dunkeln sind wir natürlich auch ein bisschen durch die Dunkelheit jetzt geschützt und alles. Und das ist ein großes Lager. Da oben sind die Venner überall. Müssen wir mal schauen, dass wir jetzt... Alter, was ist er denn für einer? Oh oh. Oh oh. Erstmal in den Sack schießen. Der stirbt nicht. Alter, was ist er denn für einer? Komm her. Ja, komm. So. Ich musste das mal kurz regeln. Entzünden. Ah, toll. Das war ja sehr intelligent geworfen von mir, muss ich sagen. Alter. Jetzt fackel ich schon wieder das ganze Dorf hier ab. Das wollte ich gar nicht. Warte mal. So, der ist schon mal weg. Wo haben wir den nächsten... Alter, war ich nicht. Entschuldigung. Wollte ich nicht, war ich nicht. Ich häng... Hallo, ich... Hallo, ich klemme. Ich klemme. Hilfe. Äh, Hilfe. Was? So, voll aus dem Bild. Wo ist der nächste Kandidat? Da, ich... Ich... Ich seh doch... Ah, da oben. Warte mal. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hallo, Alter. Aua. Geh, sag mal. Warum nimmt er nicht die Keule? Ich muss mich mal eben heilen. So, was für eine krasse Action jetzt gerade hier. Ist ja unfassbar. Brennen das Litz hier? Ah, wir müssen das Lager niederbrennen. Okay, vielleicht sollte ich auch mal auf die Mission gucken, damit ich auch weiß, was ich hier zu tun habe. Ähm, bevor ich aber das Lager hier brenne, werde ich erstmal... Die, die, die Venja befreien. Damit ich hier quasi in Ruhe das Lager niederbrennen kann. Wo ist er denn? Ach, da. Guck mal. So, sehr schön. Der ist weg. Ist auch weg. So, wo ist der nächste Kandidat? Da. Ist auch weg. So, jetzt mal eben schnell herstellen. Hier, warte mal eben. Alter, ich hab... Boah, das ist aber mies. Wir haben nichts mehr für die Keule. Wir können keine Keule mehr herstellen. Das ist, das ist böse. Das ist sehr böse, denn das ist die letzte Keule, die wir haben. So, warte mal. Wie komme ich jetzt? Habe ich jetzt alle Venja befreit? Ich glaube... Ne, hier sind auch welche. Guck mal an. So, komm raus da. Noch jemand hier. Ist das Geheimgang? Ach, das ist wieder so eine Abkürzung. Wo ich dachte, mit meiner letzten... In einer der Folgen, dass es eine Abkürzung ist. Ähm... Geheimgang ist, aber ist es gar nicht. Entschuldigt bitte. Ach, ich muss das Lager niederbrennen, ne? Warte mal. Nein, ich wollte den Bogen nehmen. Pfeil anzünden. So. Jetzt zünden wir den Dreck noch mal an. Survival! Alter, wir wollen nur rein, woher da kommen. Alter! Brenn, du Sau! So, ich muss mal eben hier, äh... Wieder den Pfeil entzünden. Oh, warte. Wir müssen nämlich hier... Einmal... Zweimal... Und... Ich glaube, die Hütte da oben, die können wir auch noch anzünden. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ich glaube, das war's dann auch. Wir können keine Pfeile mehr herstellen. Das ist so mies. Wir sind so schlecht jetzt ausgerüstet gerade. Das heißt, wir können nur hoffen, dass wir jetzt... Ja, ganz fein. Timmy, hast du toll gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Kleiner. So, was müssen wir denn hier noch entzünden? Müssen wir... Irgendwas müssen wir auf jeden Fall noch anzünden. Ist mir egal. Ich zünde jetzt irgendwas an. So, hier die Hütte da hinten, so. Survival! Survival! So. Was ne krasse Action jetzt hier. So, verlass das Lager. Sehr schön. Haben wir geschafft. Wunderbar. Wir müssen nur noch aus dem Lager entkommen. Ich werde jetzt mal den Speer behalten. Einfach mal hier rausrennen. Ich hoffe, das klappt. Der arme Kerl, ey. Mann. Ich wünsche, wir hätten den retten können. Verdammt. So. Das sieht ganz gut aus. Die Swimqualität ist natürlich wieder besser. Ein bisschen. Was? Oh. 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 What's, 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 what's... Du hast zwar auf dem kleinen Luenste Wirf auf den Kopf. Hat' wir denn? Hilfe ist los. Was ist das, wo du bist? Es ist die Blase. Oh, ich bin Nuhecht. Oh ich bin jetzt nicht! Oua, ich habe los. Willst du hier stehen? Entschuldigung. Oh, oh. Ich glaube, jetzt haben wir Stress. Ich glaube, jetzt haben wir Stress. Ich glaube... Ach du heiliger Stolzsack. Was? Äh, was? Äh, äh. Oh, Gott sei Dank. Entkommen mit den Flammen. Haben wir schon. Uh. Alter Schwede. Erstmal einen Schnitzel schnabulieren. Alter Schwede. Verknusen, verknuspern. Alter, wie krass. Verlass das Lager. Ja. Huch, da war gerade einfach mal Sound weg. Ich hoffe bei euch. Ich hoffe bei euch nicht. So. Alter, was ist das denn für eine miese Alte? Erst grabscht der da unseren eigenen Venja-Kollegen an Eier und schmeißt sie auf einmal ins Feuer. Was ist das denn? Was ist das denn für eine, für eine, für eine, für eine Sadomaso-Tante? Ich glaube es ja nicht. Die ist voll verstrahlt. Geile Musik. Ich feiere das mit dem Soundtrack. Ich mag sowas. So, kann ich jetzt hier... Ah, unsere Bestie ist tot. Oh ja, oh mein Gott. Da oben war noch ein Venja, äh, ein Litzia oder wie die heißen. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Am besten ungesehen, natürlich. Tschüss. Ja, ich kann unsere Bestie nicht reiten. Timmy. Timmy. Ihr Schweine. Du Penner. Du Penner. Wo ist Timmy? Wo ist Timmy? Ich muss Timmy retten. Geh weg, ich muss Timmy retten. Geh weg, ich muss Timmy retten. Timmy! Komm mit, Timmy. Ich kann Timmy nicht zurücklassen. Das tut mir leid. Ich kann Timmy nicht zurücklassen. Es tut mir leid. Ich kann Timmy nicht zurücklassen. Nee, nee. So, jetzt schwirme ich nochmal drunter. Es tut mir leid. Ich muss... Ich kann Timmy nicht zurücklassen. Das ist, äh, ja. Es tut mir leid. Aber wie geil, ne, dass sie sich jetzt nicht gewundert haben, dass wir wieder ins Lager gekommen sind. Ich schwimme nochmal ein bisschen schneller. Wieder am Keuchen ist. So, verlass das Lager. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Und ich hoffe, Timmy kommt mit. Hallo? Äh, ich konnte von hier raus. Das ist sehr schön. Da ist Timmy. Timmy. Ich lass dich niemals im Stich, Timmy. Niemals. Ich lass dich niemals im Stich, Timmy. Niemals. Ja. So, komm mit, Timmy. Wir müssen das Lager jetzt verlassen. Ja. So, sehr schön. Jetzt, ich kehre zu Dorf zurück. Die Gefangenen von Venja. Abgeschlossen. Geil. So, Ladebildschirm erstmal. Dann werden wir jetzt zu unserem Dorf wahrscheinlich zurückgeleitet. Ich vermute mal, dass wir jetzt gleich am Dorf sind. Alter, aber was ist denn das für eine kranke Tante da von den, von den blauen Einwohnern, U-Reinwohnern und alles? Das ist ja, ähm... Uiuiuiui. Das kann doch interessant werden. Ich bin sehr gespannt. Unser Medizinmann wieder. Ja? ieuks ja waist dein ja 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 Batari's Zorn. Das Feuer des Krieges entfacht. So, ein neuer Tag bricht an. Wir sind im Dorf, wollte ich gerade sagen. Äh, was? Feuerkreischer Bollwerk? Oh Gott. Erobere dieses schwer bewachte Bollwerk der Lizzy, äh, L'Zieler und stelle den Befehlshaber. Schwierigkeit sehr schwer. Viele XP, Schnellreise und Lager. Oh Gott, wo ist denn das?